Natürlich verbringen wir auch sehr viel Zeit miteinander. Die sechs Arbeitstage sind eigentlich zu all den Tages- und Nachtzeiten einmal beieinander und wir schauen natürlich auch, dass wir in der Freizeit etwas miteinander unternehmen. Es geht jetzt nur leichter mit die vier Tage frei und die schweißt dann auch zusammen. Im Team wird eigentlich täglich kommuniziert, weil es auch täglich zu lösende Themen gibt. Es gibt aber dann auch regelmäßige Surefixe, die finden meistens 14-tägig statt. Ich fühle mich sehr, sehr gut aufgehoben bei meiner Führungskraft, bei meinem Chef. Er ist sehr freundlich, es ist ein sehr kollegiales Verhältnis zu meinem Chef. Er hat, obwohl er sehr viel zu tun hat, immer ein offenes Ohr für mich, er fordert mich und ich denke auch, er fördert mich auch sehr. Es gibt Jubiläumsfeiern bei der Firma Esim, die werden die letzte Woche auf dem Schiff auf der Donau, war sehr schön eigentlich gestaltet. Weiters werden, wie gesagt, noch Skitage veranstaltet. In der Firma Esim herrscht eine sehr flache Hierarchie und eigentlich ist man miteinander perdu. Ob das jetzt die Führungskraft, Geschäftsführung oder der Schichtarbeiter ist, es gibt eigentlich ganz offene, lockere Kommunikation. Schichtarbeiter